Ich zeige euch heute mal meinen absoluten Lieblingsort in ganz London und zwar Kempten Market. Allein schon die Häuserfassaden, wenn ihr zum Markt glaubt, sind ein echter Hingucker. Und auch wenn da schon einige Stände sind, das ist alles nur ein Vorgeschmack auf den richtigen Markt. Der besteht aus so alten Pferdeställen, in denen ganz verschiedene Läden sind. Super geiles Feeling dort und ihr findet wirklich alles. Fashion, Deko, Nerdstuff, Vintage, einfach alles. Und wenn ihr da seid, müsst ihr unbedingt Cyberdog besuchen. Das ist so ein Technoladen, den man unbedingt gesehen haben muss. Und in die unterste Etage dürft ihr auch erst ab 18 rein.